Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Hältst mich ein! Hallo! Hallo! Frisch auf! Das ist aber prima! Eine riesige Überraschung! Grüß Gott! Grüß Gott! Grüß Gott! Ist ja toll! Also wir freuen uns ja, lieber Herr Kammersänger, dass Sie sich jetzt unserer Wanderung durch den Spessart angeschlossen haben. Ich meine, Sie sind ja neben dem Bundespräsidenten der wohl bekannteste Wanderer in Deutschland. Was bedeutet für Sie eigentlich Wanderung? Ja, ich finde in der heutigen Zeit, wo jeder wirklich vom Stress verfolgt wird, da findet man natürlich in der Ruhe der Natur und beim Lauschen die beste Erholung. Sie haben jetzt Ihre Wanderung wo begonnen? Ja, wir machen eine Wanderung durch die Rhön. Das war einer der wenigen Gebiete, die wir in Deutschland noch nicht kannten. Und haben wir einfach unterbrochen in der Gegend von Bad Brückenau und sind hierher geeilt, um mit zu wandern. Ja, prima! Aber Sie begleiten uns jetzt schon bis nach Bad Orf, ne? Oh ja, heiser! Also das heißt, dass die Rhön das letzte Gebiet ist, das Sie noch nicht durchwandert haben? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich möchte es nicht 100 Prozent behaupten, aber ich kenne sonst fast alles. Ich bin auch Mitglied in drei Wandervereinen. Das kann ich mir vorstellen. Saarländische Gebirgsverein und Eifelverein. Also der Spesserton kommt sicher auch noch dazu, ne? Der Spesserton, ja, sicher. Wer weiß! Aber den habe ich auch schon durchwandert vor einigen Jahren. Das war er. Das war er. Nachdem die zukünftige MusikТы attemptet das an und nach Bett, der schmutzig soll, der schon noch zu nahe sind. Auch người, der sich in der Küche, die in der Küche, die in der Küche, die in der Küche. Musik Der Wald steht grün, die Jagd gibt und schwer ist das von Geraten. Sie können auf des Meines Blut die Schiffe kaum verladen. Haltet sich auf das Herz des Blut, die Fels auf des Meines. Der Winzerschutz, Herr Kilian, beschert uns etwas beides. Haller Lied, Haller Lied, Haller Lied, beschert uns etwas beides. Musik Wandern, auf wandern, durch Berg und Tal. Wandern, auf wandern, halt überall. Weit nur heilen durchs ganze Land. Nie lang verweilen, von niemand gekannt. Nicht Heimat, nicht Liebe, was mir zuteil. Nur die Himmel wandern, rastlos in Eil. Ich kenne nicht Sorgen, denn Spiel nur uns an. Grillen am Morgen wären nicht lang. Musik 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 Der Sänger hat niemand gekannt, ein Rattenfänger, das ist mein Stamm. Bald kann ich Ratten, bald Mäuse auch ein, dann wieder Pferdlein, lieblich und fein. Solch kleines Brönen, herzig und zart, freudig zu küssen, ist meine Art. Fühlt sie erglühen, das Herz ihr so warm, und wie ihn entfliehen, aus meinem Arm. Ruf euch leise, oh sei nicht bang, hör doch das Fliehen, Spielung des Ahn. Die Sänger hat niemand gekannt, des Rattenfänger, aus fremden Land. Die Sänger hat niemand gekannt, des Rattenfänger, aus fremden Land. Adé, du mein lieb Heimatland, lieb Heimatland, adé. Es geht jetzt fort zum fremden Strand, lieb Heimatland, adé. Und so sing ich denn mit froher Mut, wie man singet, wenn man fanden tut, lieb Heimatland, adé. Begleitest mich, du lieb Heimatland, adé. Wie ist traurig, dass ich mag, man fanden tut, die Heimatland, adé. Am Moskenstein am Waldenthal, da grüß ich dich zum letzten Mal. Die Heimatland, adé. 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 ZEBEN 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 ZEB Musik Musik Herr, dich in Tagesgrunde will ich begraben sein. Singt mir zur letzten Stunde beim Abendschein. Singt mir zur letzten Stunde beim Abendschein. Singt mir zur nächsten Stunde.